Speichert Wollen wir hier ein bisschen zuhören? Ich meine immerhin gute Musik, ne? Okay Ohne Scheiß Aber der hat Stil Hauptsache die nehmen Bilder mit Ich brauche keine Patronen Ausgezeichnete Wahl, gute Waffe, definitiv besser als Ihre TH mit Zieloptik Luftverdruck, Scharfschützengewehr Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe VSV mit Zieloptik Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe Kalash mit Spieloptik Ausgezeichnete Wahl, gute Waffe, definitiv besser als Ihre VSV Werfen Sie Ihren Schrott weg, der ist für Babys Bäunig mit Bajonett Soll das ein Scherz sein? Sie haben genau die gleiche Äh ja Schärfere gibt es nicht Haftdynamik Werfen Sie Ihren Schrott weg, der ist für Babys Tja Ausgezeichnete Wahl, gute Waffe, definitiv besser als Ihre Ausgezeichnete Wahl, gute Waffe, definitiv besser als Ihre Ich überlege grad, soll ich mir was kaufen? Apropos, wie wirf man eigentlich die Messer? Hm, egal Werde ich mal nachschauen irgendwann mal Ahhhh Eigentlich könnte ich es auch gleich machen, aber pfff Soll ich mir die TH wieder kaufen? Hm, ach was, ich kaufe nix, ich loote Ops Hm Wie Sie wollen Na wie ich will Okay Steuerung Tastatur Waffen Mini Kanone, ja Boah Messers Ne Zurück Spiel Ne Gepäck Ha, ich weiß es nicht Maus Nein Ach keine Ahnung, ist auch egal Leute, ihr seid verrückt Was dagegen? Ganz schön hell Ähm, ja Außenposten Ich ging wieder nach oben In die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen Und seine Nachricht zur Polis bringen Zum Fortfahren, eine Tasse drücken Ah Was, wenn ich doch hier bleiben will? Hm, oh, neue Gasmaske Hm Den Filter kann ich nicht aufheben, warum auch immer Ein bisschen Mohn Noch mehr Mohn Noch mehr Mohn Speichern Und ab hier würde ich sagen Ähm, bis zum nächsten Mal Ich habe Fürs erste genug aufgenommen Und diese Schienen Die sind leicht sinnlos Ich meine Kommt hier eine Bahn an? Oh, tot Alle tot Ja, ähm Wie dem auch sei Ich würde sagen Was würde ich sagen? Ist ehrlich, aber wie Wie soll man hier Messer werfen, ganz ehrlich? Hm? Cool Ah Ja toll, mein Mausrad auswählen Das dauert mir zu lang Es sind Granaten mit Nägeln drin Erstmal Granaten Ja und meine anderen Waffen Naja, egal, also bis zum nächsten Mal Leute Ciaoi Oh, ich habe Caps Locker Ne, egal, ciao Wir kommen zurück Zu Metro 2.0.3.3 Und Ja, das soll ich kurz sagen Scheiße, verdammte Fledermäuse Scheiße, verdammte Fledermäuse Bewegung Einer nach dem anderen Es ist alles mit Eis bedeckt Passt also auf Ähm, ja Was soll ich groß sagen Und weiter geht's, ne Taschlampe aus Trotzdem Vorladen Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer Wenn ich Sie von der Luftschleuse hole muss Trete ich Ihnen in den Arm Klare, klare Ich meine Ich hab Sie nicht vergessen, Herr Offizier Hm Faschisten Umgehen wir die Faschisten, wenn's geht Okay Okay Gehen wir das nochmal durch Wir haben maximal 15 Minuten um die Luftschleuse zu öffnen Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen finde ich gruselig Na was haben wir denn hier Einen Denker Brillant Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren dummen Kopf nehmen, um den Ausgang zu stopfen? Lassen Sie das! Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt Die Station still erobern Ich möchte den gerne helfen, aber irgendwie auch nicht, weil ich will keine... Probleme haben Ein feindlicher Speer! Lass die nicht entkommen! Ähm Ja scheiße, woher... woher haben die mich grad gesehen? Wie und warum? Wie und warum? Nein, danke Okay, ich sollte aber ein Medipack nehmen Jetzt mal ehrlich Ich könnte natürlich schon so spielen, einfach alle... Niedermann, aber... Hm Scheiße, verdammter Fledermäute! Bewegung, einer nach dem anderen! Es ist alles mit Eis bedeckt, passt also auf! Okay Ein feindlicher Speer! Lass die nicht entkommen! Woher wissen die das jetzt schon wieder? Oh, oh! Okay, einer weniger! Und noch einer weniger. Okay. Noch einer weniger. Der ist anscheinend ins Wasser gefallen. Und im Wasser gestorben. Nix Hände hoch. Nee, tut ihr nicht. Ähm, kann mir das bitte einer erklären? Äh, schon mal so übelst nervig. Die Leiter runter. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Okay, mal sehen, ob die mich sehen, wenn ich mich hier drin vercampe. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse hole muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Wisst ihr was? Ich bringe die alle um. Ähm. Oh. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, Alter. Weil ich rusht jetzt durch und... Die Leiter runter. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Okay, das ist irgendwie alles scheiße. Hier gab es gar nichts. Die Leiter runter. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Ganz schön viele. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse hole muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Der Mann macht mir Sorgen. Oh, nein. Wow